Schauen wir mal. Witz und so kommt heute auch mit Freuhen die Unterstützung von Jimdo. Mach was eigenes, erstell deine Website mit Jimdo. So kreativ wie deine Ideen, so professionell wie dein Business. Ihr könnt dort eine Homepage erstellen. Ihr braucht dafür nur ein Design aussuchen. Welche Branche? Mal was anderes heute. Aus dem Personal kein Gastronomie machen. Persönlich. Wir wollen ja persönlich vielleicht auch mal persönliche Seiten bauen. Persönliche Seiten bauen. Dann seht ihr hier eine Übersicht über die Vorlagen, die es dort gibt. Und dann könnt ihr da reingehen und dort direkt einfach mal sagen, hier so sieht das dann zum Beispiel aus. Das ist jetzt so in Richtung Fashion-Blog. Wir haben ja gerade über Project Runway gesprochen. Natürlich. Also wenn ich da eingesperrt wäre, würde ich mir da auch direkt eine Seite zu machen. Du hast ja kein Internet beim Project Runway. Da muss aber die Seite online sein, für wenn du wieder rauskommst. Das ist wahr. Dann geht das schnell. Ihr könnt einfach mal hier auf Jimdo gucken, wie die ganzen Designs aussehen. Zum Beispiel auf einem mobilen Gerät. Oder eben auch auf einem großen Gerät. Und könnt dort einfach eure Inhalte einfügen. Ja, das kann ein Blog sein. Das kann irgendwas anderes sein. Und ihr müsst einfach nur die Inhalte reinschreiben. Ein paar SEO-Tags vergeben. Ihr müsst euch nicht um irgendwelche Server und Domains und Kram kümmern. könnt Jimdo Pro nehmen, kostet nochmal 5 Euro im Monat mit unserem Code Bits und so noch 4 Euro im Monat. Und dann habt ihr eine eigene Domain. Da läuft eine Seite drauf. Ihr könnt den Inhalt per entweder Browser oder mit einem mobilen App bearbeiten. und ihr habt dann einfach den ganzen Ärger nicht mehr mit Updates und Plugins und Zeug. Das ist so entweder für euch selbst oder ihr könnt es auch an jemanden weitergeben, der vielleicht nicht so den Internet grünen Daumen hat. und einfach damit dieses Problem lösen, dass Leute mit ihren Firmen, mit ihren Projekten irgendwie online gefunden werden müssen. Und ihr könnt mal gehen auf den Jimdo Link in den Show Notes von der Bits und so 514. Und dann, wenn ihr soweit seid, von eurem Jimdo Free auf Jimdo Pro abzugraden, nehmt ihr den Code Bits und so für 20% Rabatt auf den ersten Kauf. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung.